Kampf um Rohstoffe geht uns alle an und Achtung auch Sparer und Anleger. Der große Kampf um die Rohstoffe hat begonnen und das weltweit. Denn der Krieg in der Ukraine hat uns nun mal leider, leider, leider in die Abhängigkeit von einigen wenigen Förderländern schonungslos doch aufgezeigt, wo die Reise hingehen kann. Doch Achtung, das ist nur der Anfang, denn China errichtet bereits jetzt schon Monopole auf alle wichtigen Stoffe und das wohlbemerkt auch auf Kosten der deutschen Wirtschaft. Doch der Reihe nach, während die westliche Welt von einem Energiepreisschock zum nächsten taumelt, ja, sieht sich unser grüner Vizekanzler plötzlich natürlich auch dazu gezwungen, fossile Brennstoffe zu Zukunftsenergien und natürlich auch Scheich zu aufgeschlossenen Herrschern er zu erklären. Und das, obwohl seine eigene Partei noch vor wenigen Wochen das Land Katar wegen der problematischen Ansichten zu Menschenrechten und so weiter Klimaschutz am liebsten ja doch gar nicht besucht hätte. Doch eine schlüssige Alternative zu diesem Vorhaben gibt es wohl auch nicht kurzfristig. Denn ansonsten gehen den deutschen Haushalten und natürlich vor allen Dingen auch vielen, vielen Unternehmen nun mal die wichtigsten Energiestoffe aus mit erheblichen Konsequenzen auch für die Wirtschaft und uns alle. Denn das sind ja nicht nur Habeck, Putin und das Gas, sondern auch Volkswagen, BMW oder Daimler, die ihre Werke wegen des Mangels an Nickel derzeit ausbremsen müssen. Und weitet man den Blick von Deutschland auf die Welt, dann wird die Lage auch nicht unbedingt besser. In Afrika beispielsweise stellen sich viele Länder schon jetzt auf eine extreme Hungersnot ein. Denn sie beziehen natürlich mehr als die Hälfte des Weizens, dessen Preis übrigens seit Jahresbeginn um satter 75 Prozent gestiegen ist aus der Ukraine und natürlich auch aus Russland. Und auch die führenden Tech-Produzenten schauen sehr, sehr sorgenvoll nach China, das derzeit die Forderung seltener Erden monopolisiert und dessen Beziehung zu Europa sich derzeit auch leider von Tag zu Tag eben nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Und all diese täglichen Turbulenzen werfen nun wirklich einen Blick auf die sehr, sehr fragile Seite unserer heutigen Weltwirtschaft und die damit verbundene Versorgung auch mit wertvollen Rohstoffen. Es scheint schon fast so, als würde die Machtstrategie der Bündnispartner Russland und China die Rohstoffmärkte und damit auch die Weltwirtschaft nachhaltig verändern wollen. Denn während wir hierzulande noch vor dem Gas-Enpass aus Russland zittern, hat sich die Volksrepublik China über Jahrzehnte bereits schon hinweg eine einzigartige Vormachtstellung aufgebaut, deren Folgen wir noch viel stärker zu spüren bekommen werden als die Monopolbedeutung des russischen Staatskonzerns Gazprom. Denn in der New Comedy, wo es quasi um erneuerbare Energien, die Digitalisierung oder die E-Mobilität geht, tut sich nichts ohne Rohstoffe wie seltene Erden, Magnesium oder Lithium. Und diese kommen nun mal, ja ganz offen gesagt überwiegend fast nur aus China. Zwar erreichen die USA und Europa gemeinsam ein editiertes Bruttoinlandsprodukt nach unseren Scherchen von 40 Billionen Dollar, doch beim Ranking um die Bodenschätze sieht diese Verteilung bereits ganz anders aus. Hier steht übrigens Russland mit 75 Billionen Dollar an der Spitze. Und zwar deutlich vor den USA mit 45 Billionen Dollar. Kein Wunder also, dass in der aktuellen Konstellation Rohstoffe regelrecht leider, leider, leider Gottes zu Waffen im Kampf um eine neue Wildordnung werden. Und weil in Deutschland der Anteil der Engporte aus Russland bei Gas dramatische 55 Prozent, bei Kohle rund 45 Prozent und bei Öl auch noch 35 Prozent beträgt, greift unser Bundeskanzler auch nicht zur wirkungsvollsten Sanktion gegen die Kriegs- und Rohstoffmacht Russland. Und zwar einem Energieembargo. Und mit diesem Geld, was in den vergangenen Jahren dadurch nach Russland ging, konnte natürlich Herr Putin Systemswährung und Goldreserven von mehr als immerhin 600 Milliarden Dollar auch aufhäufen oder anhäufen. Außerdem konnte dadurch die Verschuldung des Staates mit nur 17 Prozent des Bruttoinlandsprodukts extrem niedrig galten und der eigene Staatsfonds sogar auf 175 Milliarden Dollar erhöht werden. All das waren im Übrigen Putins Prämissen, den Krieg zu beginnen. Alles in allem sollte man sich die Frage ausstellen, ob sich die gerade genannten wirtschaftlichen Abhängigkeiten in der Zukunft überhaupt so rasch mal eben auflösen lassen. Denn in allem, was wir für die Zukunft benötigen, wie beispielsweise Computer, Batterien, Elektroautos, Windkraftanlagen oder Satelliten, sind nur mal mineralistische Rohstoffe enthalten, die weiterhin importiert werden müssen. Bereits jetzt ist Kupfer knapp und auch Kobold und Lithium verteuerten sich innerhalb kürzer Zeit um ein Vielfaches. Und bei Nickel, das Deutschlands zu mehr als 40 Prozent aus Russland übrigens bezog, musste die Metallbörse in London sogar zeitweise den Handel mal eben aussetzen. Solche Vorprodukte ja für den Bau von Batterien sind natürlich entscheidend für das Vorankommen oder das Heranwachsen der Elektromobilität und damit natürlich auch der gewünschten grünen Revolution. Und der Zugang zu diesen Rohstoffen ist eben leider sehr sehr knapp. Denn sonst wären die Marktreaktionen im Zuge des Krieges weitaus anders gelaufen oder ausgefallen, besser gesagt. Nun, die Kriegsfolgen zerlegen also ganze Lieferketten zurzeit schon, schicken Unternehmen in die Mangelwirtschaft und Minister auf Bettelreisen, so könnte man es auch, ja, umschreiben, ja, in Regionen, wo sie vorher nicht hingefahren sind, zum Beispiel nach Katar. Doch ich befürchte, dass das erste Anfang eines weltweiten Verteilungskampfes um die Rohstoffe ist. Und wenn Deutschland nicht schnell eine Strategie findet, werden die Industrie und Verbraucher hierzulande den Preis natürlich wie alle bezahlen. Und dieser wird verdammt hoch sein. Welche weiteren wirtschaftlichen Folgen unserer Volkswirtschaft drohen, darüber habe ich ebenfalls erst vor einigen Tagen ein sehr spannendes Video auch auf diesem Kanal veröffentlicht. Schauen Sie sich das Ihnen so unbedingt mal an. Und es ist entsprechend auch hier mit eingeblendet. Nun, im Diener möchte ich alle Sparer und Anleger da draußen auffordern, sich dringend um ihren Vermögensaufbau und Vermögensschutz zu kümmern. Denn Rohstoffe gehören übrigens auch in die Anlagestrategie von Sparern und Anleger mit rein. Wenn Sie zum Beispiel ein Depot haben, im Kleineren oder im Größeren, dann schauen Sie auch dort mal rein, inwieweit Sie überhaupt da vertreten sind. Wer diesbezüglich Hilfe und Unterstützung braucht, was den Vermögensaufbau und Vermögensschutz belangt, der kann sich hier unter dem Video übrigens auch für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Viele nehmen das mittlerweile schon in Anspruch und ich bin mir sicher, dass wir auch Ihnen in Ihrem konkreten Fall durchweg die ein oder andere Hilfe mit meinem Team anbieten können. In dem Sinne schauen wir trotzdem nach vorne. Es bleibt gar keine andere Wahl. Und alles Gute, Ihr Klaus Röpp.